Hey, meine Rabauke. Du siehst sehr Angst ein Flüsse. Also wir waren gestern in diesen toxischen Höhlen. Wartet. Achso, okay. Nein, er ist radioaktiv verseucht. Es hat sich aber anders gelohnt. Denn ich bin jetzt im Besitz von einer umwerfenden Waffe. Eine Waffe? Um genau zu sein, einer Massenvernichtungswaffe. Nein. Nein. Er hat eine Atombombe. Oh nein, er hat wirklich eine Atombombe. Aber bitte nicht hier zünden. Okay. Nein, Logo. Nein. Wir können doch nicht hier ganzes Haus weg sprengen. Bist du verrückt? Als ob du das jetzt wirklich machen wolltest. Hey, Malik. Hä? Wenn wir die ein bisschen tiefer bauen, dann ebnen die den Berg komplett aus. Ja, aber die sprengt doch das Haus mit. Wie stark ist die denn? Haben wir zwei? Können wir eine testen? Also, ich habe jetzt nur meine erste, die ich gebaut habe. Aber ich könnte jetzt theoretisch so viele davon herstellen, wie ich will. Also, ich würde sagen, wir testen erst mal eine. Auf deinem Grundstück zur Sicherheit? Boah, das hätte schon Flair, ne? Na, warte mal. Das können wir. Aber wie? Na, nee. Muss weg. Also, ich bin bereit zum gewissen. Ich habe nur eine viel bessere Idee. Wir testen sie einfach bei Gampo. Ja. Der ist nicht da. Oh mein Gott. Nee, aber wir müssen das schon testen. Nicht, dass die so stark ist, dass die hier alles vernichtet. Die ist schon stark. Aber ich habe keine Ahnung, wie stark. Nee, wir müssen zuerst einen Testdurchlauf machen. Also, ich habe auch keinen Zünder gebaut. Einer muss sich opfern. Nein. Doch, ich habe noch einen Zünder hergestellt gestern Abend. Ich würde sagen, wir testen das Ding außerhalb der Stadt erst mal. Okay. Kriegen wir auch Schutzanzüge oder werden wir einfach verstrahlt an? Das wird jetzt ein cooler Kinofilm, Leute. Der geht 50 Minuten lang. Wir brauchen coole Filmnamen. Es ist Logoheimer. Ich bin Dr. Elinsky. Es ist Logoheimer. Es ist Nippelheimer. Nicht Oppenheimer, einfach Nippelheimer. Dann heiße ich Elinskyheimer. Ich glaube, der Strahlenschutzanzug hilft bei der Explosion nicht. Der hilft nur in den Höhlen. Okay. Nee, wir können ja hier hinten einfach. Da sind wir ja auf der sicheren Seite, oder? Ich bin nicht der Einzige, der überlebt. Ah ja, cool. Warum bist du eigentlich der Einzige mit Strahlenschutzanzug? Darf ich das mal kurz fragen? Ich habe Eisenrüstung. Das reicht doch auch gegen Atombombo, oder? Das hat mir geholfen, hat es mir auch nicht. Ich würde sagen, wir zünden das Ding einfach hier. Hier auf dem Block. Hier ist es doch schön präpariert. Ja, bist du dir sicher? Das ist voll da dran. Ja, okay. Hier ist doch ein bisschen. Naja, so nah ist das jetzt auch nicht, oder? Ja, probieren wir es jetzt einfach, oder? Boah, aber ich habe ein bisschen... Ich weiß nicht, ob ich das Ding wieder abbauen kann, wenn ich es einmal platziert habe. Also wir müssen uns für den Punkt wirklich... Aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass das Ding so heftig reinscheppert, dass das wirklich alles dem Erdboden gegleichbar macht. Aber das wird schon nicht so stark sein, oder? Ja, ich würde sagen, wir bauen... Na, wir haben ja im Notfall auch ein Server-Backup, falls es komplett schief geht. Ich brauche die blauen Blumen hier noch. Das ist das Meteoriten-TNT. Da kommt gleich so ein Asteroid von oben. Ja, wir machen jetzt hier... Das wird schon nicht so riesig sein. Gehen wir dann auf Ebrus Baumhaus und gucken von da oben zu. Wie lang zündet das denn? Also ich kann das fernzünden. Dafür muss man diesen Fernzünder benutzen. Ja, okay. Ich glaube, sonst schaffst du es nicht aus der Reichweite raus, sonst wirst du pulverisiert. Vielleicht doch ein Ticken weiter hinten. Ach, komm, ich baue das Ding jetzt hier auf. Ja, okay. Okay, okay, das dürfen wir nicht anfassen. Okay, das sind alles jetzt. Ich habe das in deiner Hand. Oh, Mann, ey. Aber kann man jetzt noch die Nuke rumtragen? Nein, nicht, dass die verpackt. Okay, ich lasse nur... Sie ist jetzt scharf gestellt. Sie ist jetzt scharf gestellt. Also wenn ich jetzt rechts klicke, geht das Ding hoch. Aber was machst du, wenn du gerade drücken willst? Dann drehst du dich um und dann habe ich die Nuke dir hinterhergetragen. Keine Ahnung, die Berechnung, die musstest du machen, Ben. Ja, du bist doch der Nippelheimer. Ja, ich habe den Kinofilm nicht mal gesehen. In exakt einem Monat, also minus einen Tag, weil ich nehme einen Tag davor auf. Das heißt, am 14. März erscheint der vierte Teil meiner Romanserie. Und zwar heißt das Ganze Bags und die seltsame Insel. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte von Elina Ebro und mir weitergeht, dann solltet ihr auf jeden Fall zuschlagen. Ich packe euch mal den Link zu Amazon in die Videobeschreibung. Dort könnt ihr das Buch bereits vorbestellen. Ihr könnt es auch auf Thalia vorbestellen. Ihr könnt aber natürlich, wenn das Buch am 14. März erscheint, auch einfach in die Buchhandlung gehen und es dort erwerben. Das geht alles, wie ihr möchtet. Und jetzt geht es weiter mit dem Video. Von hier hat man Prime-Slot. Ja, das ist Prime. Okay. Okay. Alarm, Alarm. Wir müssen uns hinsetzen, weil dann kriegen wir... Ich kann auch eine Atomsirene aufbauen. Oha, ja, das würde ja passen. Hat jemand einen Hebel? Warte, da müssen wir mal eben... Ich kann einen... Nee, mit viel Holz. Kannst du einen Craft? Nee, mit viel Holz. Ich hab Holz. Dann kann ich. Was denn für Holz brauchst du? Ich brauch einen Stick. Ach so, hier. Einfach daneben das Redstone-Signal. So, ich leg mich hin für die Schockwelle. Ja, stimmt. Die liegen doch auch normalerweise... Ja, das ist doch der richtige Vibe jetzt. Oh, wir brauchen alle eine Sonnenbrille. Das stimmt. Na warte, ich hab das hier. Das ist auch eine Art Sonnenbrille. Warte, warte, warte. Ich hol Sonnenbrille, okay? Das muss hier das richtige Feeling werden. Warte, weil ich hab ja jetzt den Obsidian-Schädel bekommen als... Wegen Brandschutz? Ja, ja, vielleicht hilft das ja. Vielleicht. Den zieh ich mir jetzt an. Ist gut, dass wir das machen, wenn kein... Oh, guck mal, den hab ich jetzt so stylisch an meinem Gürtel, Alter. Aber du musst dir mal vorstellen, guck mal. Weißt du, was noch eine viel geilere Szene wäre? Ja. Easy Cheesy kommt online. Die Sirene dröhnt und es explodiert. Das wäre schon geil. Easy Cheesy steppt so ganz casual in ihr Haus und das ganze Haus, das ganze Haus, wirklich der ganze Berg, wird komplett eingeeben. Nichts steht mehr. Ich hab wirklich Angst, dass das zu weit geht. Ach, das wird schon... Na, nee, nee, das wird schon... Aber das wird ja jetzt nicht so ein Omega-TNT sein, was da wirklich hier ein... Oder? Ben, Mann oder Maus? Mann oder Maus, hm? Ich bin ein Mann. Ey, guck mal, ich seh ja inzwischen schon auch stacked aus mit meinen ganzen Items, ne? Oh, ja, was? Oh, ja, ja, ja. Meine Augen gucken ein bisschen raus. Ich hab doch... Ich hab doch schon die Schutzmaske auf. Ah, okay. Dann nehm ich. Okay. Ja, meine Augen gucken ein bisschen drüber. Aber das ist doch nicht so schlimm bei einer Atomexplosion, oder? Du meinst, wenn dieser Lichtstrahl kommt, der dir einfach das Augenlicht auslöst? Digga, bei Elida passt es noch weniger. Junge, was hast du da für Billigdinger geholt, Elida? Mann, ey, die hab ich mal kippt. Okay, wache ist Alarm. Es muss jetzt hier losgehen. Nein, 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 nein. Ich würde... Wir wollen doch die Soundkulisse der Nuke genießen. Na, dann let's go, Logo. Zünd das Ding. Ich block mit dem Schild. Freit ihr, das Schild reicht? Ja. Okay, ich zünde in drei, zwei, eins. Der große rote Knopf. Die Sirene geht automatisch an. Oh, lol. Ich seh noch nichts, Leute. Ich ess mich rot. Meint ihr, das war zu nah? Ich glaub, das war zu nah. Ah! Oh, 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 oh. Oh, Alter. Nein, das ist riesig. Ich hoffe, das ist nur die... Oh, oh, oh. Ich hoffe, das ist nur die Animation. Wir haben ein Problem, glaube ich. Nein, Alter, das mag ich alles. Oh, ist das cool. Oh, das ging aber. Guck mal, das haben wir ja punktgenau. Haben wir das ausgerechnet? Weil wir nämlich Atomphysiker sind. Ja, Leute. Jibbi. Wir haben Atomphysiker. Jibbi. Oh, ich hab mit einem Herz überlebt. Jibbi. Oha, Lieder. Das hat nicht mal den Kirschbaum hier vorne erwähnt. Ich dachte wirklich, weil auch plötzlich alles gewackelt hat, dass wirklich auch Ebrus Baumhaus weg ist. Hier kann doch jetzt jemand schön seine Base reinbauen. Ja, hier kommt diese Euromine hin. Endlich. Alter, dass es genau bis hier zu diesem Baum geht. Das war schon wirklich, das war schon genau kalkuliert. Aber ehrlich. Boah, das war schon pompös. Was ist das denn? Das ist meine Bison-Farm und die hat Easy genutzt, um mir eins auszuwischen. Die hat alle meine Bisons gesteckt. Eigentlich ja Diebstahl gleich Hitman, hab ich draufgeschrieben, ne? Na ja, aber ist ja kein Diebstahl. Ein Phönix ohne Kopf, das hat alle die Atomexplosion, die weggehauen. Wie wär's, wir zünden jetzt jeden Tag eine. Alter, guck mal, wie die mir der rennt. Das ist geil. Jo, alter, der ist rausgejietet. Ey, Bruder. Ey, tut dem nicht. Das war ein Benson-Bison. Ben, komm mal mit. Ich muss mit dir was besprechen. Loro, du kannst auch mitkommen. Wir haben hier nämlich ein Problem, wo wir gerade bei den Bisons sind. Ich möchte da was ansprechen. Ja. Okay, was ist das Problem? Und dazu gehen wir in den Wald. Willst du uns jetzt umbringen, oder wie? Wir haben gerade den Nummer eins Problemlöser. Wir haben den Nummer eins Problemlöser gerade weggeworfen. Elina, warum kommst du mit dem Problem jetzt erst? Ja, nein, warte. Das ist schwierig, weil das ist sehr, sehr nah an meinem Haus. Stimmt, wir hätten eigentlich auch den Taki-Shop einfach weggenuken können. Der wurde ja schon vom Taki-König weggenuket. Als nächstes wird der Taki-König weggenuket. Oh, ja. Und zwar, moin. Aber Lina, es gibt jetzt einen neuen Hype. Du musst einen neuen Schriftzug dahin machen. Es gibt hier ein Problem. Mensch, das mit diesen Bisons, das läuft hier so lange aus dem Ruder. Was ist denn hier los? Das liegt an dem Block da oben, den ich da platziert habe. Aber das ist doch eine geile Essensquelle. Alter, wie viel? Jo, alter. Warum sind das so brutal viele? Ich würde mir wünschen, dass ein Benson-Bison-Experte sich noch mal darum kümmert. Oh, mein Gott, ich habe mir ein halbes Herz überlegt. Ich kümmere mich um das Bison-Problem, Elina. Hab dich doch. Jo. Hey, Elina, warum haust du mich? So, ich dachte, du denkst, ich bin ein Lison. Ja, hä? Ja, okay, dann bringe ich den Block mal weg. Ja, ich habe dir noch nicht ganz verstanden, wie der funktioniert. Also, der lässt auf jeden Fall neue Mobs spawnen. Weil deswegen sind hier auch ein Haufen Affen. Weil eigentlich können hier ja Affen gar nicht spawnen. Und hier sind, hier ist halt auch nochmal ein Bison. Hier ist eine Atomverseuchtebide. Ja, das ist der Block hier. Das ist ein Bernstein. Wie heißt das Ding nochmal? Monolith. Funny Fact. Ich hatte das zuerst bei mir auf dem Grundstück. Dann sind da hier diese Dinger gespawnt, die dir die Sachen aus den Kisten klauen können. Waschbären. Ja, da sind da sechs Waschbären gespawnt und haben dir alles aus den Kisten geklaut. Und dann hast du es bei mir hingestellt. Super. Naja, es war ja oben, Melina. Es war jetzt nicht bei dir, ne? Hey! Junge Logo! Ich wollte nur mein Schlaggeziegel werfen. Ja, das sind... Hier ist aber meine Hutkiste. Also das, was übrig ist, nachdem mir die Hexen die Hälfte geklaut haben. Kann ich damit vielleicht in den geheimen, geheimen Bunker eindringen? Hallo! Obias, ich muss es probieren. Wird nicht gehen. War ja zu gut. Aber vielleicht kann ich die Elektronik zerstören. Hey! Es reicht doch jetzt! Es hat wirklich geklaut. Mann! Als Entschuldigung bekommst du Süßbären. Das muss ich die Melodie neu aufnehmen. Leute, ich habe... Guckt mal. Ich habe gestern bei der Erkundungstour... Ich habe ja die fertige Kiste zu der... Die fertige Karte zu der verlassenen Höhle. Die mir, glaube ich, geklaut wurde tatsächlich. Nein, mein Rektelfisch. Hey, warte mal. Wo ist denn meine Map? Ach nee, die habe ich ja in meinem Geheimgang. Hey, Leute! Was denn? Jetzt seid ihr mal fertig mit der Lava bei meinem Grundstück? Das ist keine Lava. Äh, Säure, meine ich? Säure, darin lebt mein Haustier. Nigel. Äh, der ist übel eklig. Du hast gerade deine Sonnenbrille da reingeworfen. Oh, Mann. Als nächstes schmeiße ich... Oh Mann, ich wollte die Wiener gerade reinschmeißen. Ha, wie peinlich. Elita, 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 Elita. Elita, 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 Elita. So, ich habe noch ein kleines Souvenir als Andenken an unseren... Was macht ihr denn jetzt hier? Woltz-Gewinner. Weil er hat richtig gehört, wie Elita Sauer ihre Maus weggetan hat. Was hat sie denn? Kann ich ihr was klauen? Oh, Alter, die rennen mit 38 Dias rum, äh? Alter, die ist anders rein. Elina, warum bist du so rich? Weil ich nicht beklaut werden will. Ich parke meine Dias in nirgendwo. Ah, schlau. Schlau, Kakao. Warte mal, Elina, lass da mal ein Item drin. Ich möchte dich gerne hier liegen haben. Okay, wir... Oh nein, nein, ich habe hier alles rausgenommen. Kann ich nicht mehr rein gehen. Dann müssen wir dich wohl noch mal killen. Oh, als Souvenir für unseren heutigen Ausflug. Eine Radon-Flasche für dich und eine Radon-Flasche für dich. Oh, hä? Cool. Fülle mit einer Flasche etwas Radonas einen geothermischen Schlot ab, der grünes Gas ausspuckt. Oh, damit kannst du Radon... Hast du das getrunken etwa, Elina? Nein. Aber was passiert dann? Man kann es nicht trinken. Nee, man kann es nicht trinken. Das ist ja auch ein Gas. Naja, wenn man sich sehr anstrengt, kann man auch ein Gas trinken. Nee, ich habe Lebo. Damit kann man eine Polymerplatte machen. Und damit kann man den Fernzünder machen. Es gibt eine Strahlenpistole. Könnte ich einfach produzieren. Auf jeden Fall wollte ich euch was zeigen, Leute. Ich habe ja bereits die verlassene Höhle. Das ist ja die dritte Alex Cave nach der Dino-Welt und nach der radioaktiven Welt haben wir ja die verlassene. Die machen wir ja am Freitag. So, aber ich habe eine weitere Höhlentafel gefunden. Und jetzt... Und ich habe sogar den Tisch zum Übersetzen mitgebracht. Aber du hast mir den Tipp gesagt, Logo, dass man das übersetzen kann. Ich suche das Wort Relicher... Das Wort kenne ich nicht mehr. Relichreiros. Relichreiros. Was ist das für ein Wort, Alter? Hab ich ja nie gehört. Oder lese ich das gerade zu dumm? Hast du da so vier Punkte? Könnt ihr hier auch gerade reingucken, wo ich drin bin? Nee, nee, nee. Ah, schade. Immer nur, wenn man seine eigene Karte... Na, warte. Ach so. Hast du als Anfangsbuchstaben vier Punkte? Wie so ein Würfel vier. Jetzt habe ich ein neues Wort. Subteranodon. Ist das so ein Schrägstrich? Warum fragst du? Ja, als erster Buchstabe. Nee, Subteranodon ist das erste Wort. Ach, es ist ein Schrägstrich, oder was? Ja, so ein umgedrehter Schrägstrich. Also ein Backslash. Ja. Okay, ich suche einen Backslash, Jalina, I'm Searching. Ich habe hier so eine... Also wie Backslash-mäßig, so richtig? Big, big, Backslash oder nur so ein bisschen wie ein Blitz? Und woher weißt du das? Weil ich das Galaktik-Algo habe ich auswendig kenne. Nö, da steht Ben Stink. Ja. Jetzt habe ich das Wort rausgemacht. Jetzt habe ich wieder ein neues Wort. Fliegend. Och, Mann. Fliegend. Woher wisst ihr das denn, was das für Buchstaben sind? Das ist oben ein Strich und unten drei Punkte. Sieht ein bisschen aus wie... Ist Gleichzeichen. Oben ein Strich. Wind mit D am Ende? Ja. Fliegend oder fliegend? Fliegend. Ja, okay. Ah, oben Strich drei Punkte. Ja, ich sehe es. Ich habe hier eins. Ich habe hier... Es war richtig. Okay, zweites. Stampfen. Stampfen, okay. Das ist wieder dieser Backslash. Ja, Backslash. Okay. Ja. Also so Backslash into umgekehrte Pistole irgendwie. Ja, genau. Ja, hier, 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 hier. Okay, drittes Wort. Nochmal stampfen. Hä, wie dumm. Ich habe das selbe Wort bekommen. Okay, das kann ich... Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass das... Das ist so unwahrscheinlich. Okay, Backslash into Pistole muss ich jetzt hier nochmal finden. Wo haben wir es, Leute? Seht ihr es? Schreibt es in die Kommentare. Hier ist... Das hier war es, oder? Nee, war falsch. Verdammt, schade. Du hast übrigens nur fünf Versuche, ne? Ja, 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 ja. Aber ist ja easy. Ich lass mich kochen, Elina. Bin gespannt, welche Höhle das ist. Dann können wir mal kochen. Übrigens, die Wörter sind in zwei Spalten. Also das sind... Ja, ja, es sind mehrere Wörter nebeneinander, ne? Ja, ja, ja. Ja, Elina, ich habe das doch schon mal gemacht. Ich bin doch... Da habe ich zwar mit Raten tatsächlich geschafft, aber... Das hier muss es sein. Safe. Ja, da haben wir es doch. Easy. Höhlenkodex. Unurweltliche Höhlen. Och, da waren wir doch schon. Oh, da warst du schon. Egal, wir schenken es dir, Elina. Hä, ich brauche das nicht. Ich habe das doch schon. Hä? Aber warst du schon in der Dino-Höhle? Nein. Ja, hä, dann hast du es doch noch nicht. Bist du doof? Äh, ich brauche das nicht. Ich habe... Achso, die Karte davon. Ja, sieh klar. Da war ich halt schon. Gib mal her. Ja, es lädt gerade noch, Elina. Es ist am Laden. Mann, ich habe so gehofft, dass ich jetzt eine coole Höhle kriege. Und dann kriege ich die, die ich schon habe. Elina zieht direkt dahin, Alter. Yo. Hau ab mit deinem Atomreaktor-Scheiß hier, Alter. Die würde ich ja nicht auf meinem Grundstück haben. Und warum habe ich Schwefelstaub im Inventar? Willst du nicht ein bisschen Schwefel? Doch. Aber was kann ich damit machen? Willst du noch mehr? Boah. Was kann ich damit anfangen? Viel, viel, viel mehr. Schwefelstaub. Lass mich mal kochen hier. Achso. Na gut, kann ich ja gefühlt nichts mehr machen. Schade. Das Ding ist, ich habe noch neun weitere Tafeln. Kommt da immer die gleiche Höhle raus? Äh, das kommt auf die Farbe an. Die sind color-coded. Ah, gelb. Nur gelb. Ja, prehistorisch. Mann. Damit das Ganze hier irgendwie mit dem Hexenclan, der irgendwie jetzt hier stresst will und so, damit das Ganze hier ein bisschen zu bedrohlich wird, habe ich mir vorgenommen, ich crafte mir einen Bodyguard. So, jetzt nehme ich eine Strohstatue und die platzieren wir hier. Bam. So, perfekt. Jetzt muss ich da, glaube ich, so rein. Genau, genau, genau. Jetzt fügen wir hier einen Skin hinzu, den ich mir vorher schon ausgesucht habe. Nehme ich den hier. So. Und jetzt haben wir hier einen Bodyguard. und den nennen wir auch Bodyguard. So, Name. Wie ist das? So. Warte, der braucht noch die richtige Pose. Der braucht noch die richtige Pose. Gib mir einen Moment. Kann ich den größer machen? Ben. Ja. Geht hier maximal groß. Hallo, ihr Lieber. Warte mal, ich mache hier gerade was. Ich muss mich ja beschützen vor euch, vor euch Kriminellen. Hä? Wir sind doch Stacheldraht, Bro. Ne, nicht vor dir. Die anderen haben wir gemeinsam. Nicht vor dir. Wir haben das Intimste gemacht, was man jemals machen kann. Wir haben gemeinsam eine Atombombe. Warte, ich habe noch die richtige Pose mir auch rausgesucht. Hier. Wer bei mir rein will, muss zuerst an meinem Bodyguard vorbei. Okay. Wo ist Ebro? Ebro. Ach da. Ebro, komm mal mit zu deinem Haus. Ebro, Alter. Du hast mir alle Hüte geklaut. Alle Hüte? Ja, alle Rare-Dinger. Das weiß ich ganz genau. Du kannst die Hüte sehr gerne haben. Nö, ich will meine Bags haben, nicht meine Hüte. Ja, ich wünsche noch ein paar. Hier hast du sechs Stück. Aua. Boah, sechs. Wenn ich da jetzt in Hexenruth rausgehe, dann lache ich euch so aus. Ich öffne die jetzt. Warte. Ich muss mich erst zu Ende brennen. Es dauert einen Moment. So. Okay, sechs Dinger. Der hat gelogen. Aber ich habe noch eine, Beck. Eine habe ich noch. Ne. Spaß. Der hat sie nicht bekommen, schade. Aber ich habe hier verschiedene andere Sachen bekommen. Wikinger-Hut. Oha, ey. Ich habe eine Sonnenbrille bekommen, Fun Defect. Hey, das ist aber eine andere, oder? Ja. Hey, die sieht viel cooler aus, Lina. Du hast das Billig-Ding. Entschuldige mal. Ich habe aber noch was anderes Cooles. Fabo ist heute nämlich auf dem Server. Was? Ne. Ich habe auch was Cooles für dich. Habe ich gekauft gerade. Boah, ein Beanie. Einfach Beanie, ja. Alter. Boah. Perfekt. Aber warte. Der Helms, Leute. Warte, warte, warte. Ja, ja, ja. Warte, lass mich kochen. Steht dir richtig gut. Logo steht denen wirklich richtig gut. Logo kann denen rocken. Das Logo sieht so falsch aus, Alter. Das ist krank. Wieso hat mein Helm nur noch eine scheiß Haltbarkeit eigentlich? Warum ist aber alles kaputt bei mir? Komm, Lina, du hast die Ehre. Ich habe es gegeben. Hau ihn kaputt. Was? Nochmal. 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 Ja, der war. Das ist die Idee und da geht die Mami mir nie erlaubt. Habt ihr Ebu schon die Stelle gezeigt? Noch nicht. Warte, warte, nicht sagen, nicht sagen. Nee, nee, ich habe noch nichts gehört. Ebu, warst du schon bei deinem Haus? Nein. Ja, komm noch mal mit. Also ich war heute Morgen bei meinem Haus. Ja, komm doch einfach mal mit. Fällt dir irgendwas von deinem Haus aus auf? Ja, also es hat nicht direkt was mit deinem Haus zu tun. Wir haben dein Haus vorhin nur benutzt. Es ist sehr präsent eigentlich, kann man sagen. Hä? Also es ist quasi nicht zu übersehen. Ja. Hä? Was denn? Na ja, geh doch mal rum, guck noch mal ein bisschen. Vielleicht mal so. Wie findest du? Hast du ja sicherlich das hohe Gebäude auch gebaut, um eine schöne Aussicht zu genießen, oder? Warte hier, ich gehe vor. Hier ist keine Falle, Ebu. Ja, weiß ich nicht. Wirklich? Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Werde ich jetzt runtergeschubst oder so? Nein, es ist keine Falle, Ebu. Aber von hier sieht man es schwer. Was ist das Ding da oben? Hä, was? Ach, lol. Ah, ja, das ist meins, das muss ich noch mitnehmen. Das habe ich da vergessen. Geh da mal hier, Ebu. Von hier sieht man es. Ah! Voller bin. Nimm mal meine Sirene mit. Hast du es immer noch nicht gesehen, Ebu? Nee. Komm noch mal hier hoch. Mann, ey. Ja, genau. Hä? Was habt ihr da angemacht? Hä? Was ist das für ein Tier? Oh Gott. Ach, ist eine Katze. Hä? Ach ja, sah irgendwie aus wie eine Ratte, Alter. Okay. Oh mein Gott. Deswegen hattest du auch kurzzeitig ein Warnsystem auf deinem Dach. Und ihr wart euch schon sicher, dass das nicht mein Haus und Isis aus abreißt, oder? Nee. Doch, doch. Ich hatte vorgeschlagen, wir platzieren das einfach. In Isis Haus. Oh mein Gott. Aber es ist ja gut gegangen. Ja, danke schön. Ich mache hier einen riesen Swimmingpool hin. Ich wäre dafür, dass wir einfach das Loch mit Säure füllen. Das ist die Säuremine. Hier kommt die Säuremine hin. Ja, passt ja auch. Das ist ja alles radioaktiv verseucht jetzt hier. Ja. Also ich war ganz lange in der toxischen Höhe und ich habe keinen Schaden davon getragen. Du hast zehn Augen. Aber ich habe den Schutzanzug getragen. Kein Problem. Ich habe auch zu tun. Ich habe auch zu tun. Tschö. Jo, ich habe gar keine Mauerin. Und Evo, beklau mich nicht nochmal, sonst kommt der Hitman. Was für Beklauen. Du hast selber gesagt, wenn ihr uns das spendet, dann dürft ihr das benutzen. Evo hat das voll verschleiert und mir alles rübergetragen, bis auf das, was sie mir geklaut hat. Ja, weil ich das gebraucht habe. Ja, danke, cool. Hä, wieso hat mein Bodyguard eine Kartoffel in der Hand oder was das ist? Das ist keine Kartoffel. Ich habe dem aus Versehen meinen Dino-Nugget gegeben. Ja, der arbeitet hier. Der hat keine Zeit für Dino-Nagis. Warte mal, kann ich dir eine Sonne... Ah, der hat ja schon eine Sonnenwelle auf. Äh, das war nur ein Nuklearwarnsystem. Also, wenn ihr hier durch wollt, müsst ihr zuerst mit dem Bodyguard reden. Jo, Bodyguard, lass mich durch. Oh, danke. Lass mich durch? Okay. Ja, klar, ich lass euch rein. Kommt rein, raus. Cool. Du hast einen tollen Bodyguard. Äh, Evo, ich habe einen Geschenk... Anni, das habe ich Elina schon geschenkt. Nevermind. Ja, wir können zusammen in die Dino-Höhle. Hier, ich habe noch was für dich. Kannst du mit Elina ein Partner-Logo brennen. Ja, bist du denn, Alter? Quark, Quark. Jo, ihr seid nicht die Hexenschwestern, ihr seid die Froschschwestern. Machen... Oh. Wie machen denn Frösche? Quark. Quark nicht Enten? Stimmt, Quark. Ne, warte mal, das sind Hühner. Was? Oh Gott, oh Gott. Haha. Leute, ich habe jetzt hier zu tun. Jetzt geht doch mal. Okay. Ja. Dann habe ich hier eine Redstone-Glock gebaut, die automatisch das Obsidian platziert. Ich kann euch das im Grunde auch mal zeigen. Dazu muss ich mir nur ein paar Eimer craften. Wir werden eh sehr, sehr viele Eimer machen. Also ich mache jetzt hier direkt mal neun Baba Butzen. Und ich muss mal ganz kurz mein Inventar aufräumen. Ey, gib mir mal eine Sekunde. So, jetzt schnappen wir uns mal die Lava. Ist jetzt halt nicht so viel, weil ich die gerade ausgebaut habe. Aber da haben wir zumindest jetzt mal drei Lava-Eimer. Jetzt können wir mal die Farm testen. Ich habe die nämlich noch nie getestet. Also eigentlich müsste ich jetzt eigentlich hier einfach nur die drei Lava-Eimer reintun. Und die müssten jetzt eigentlich automatisch platziert werden. Was absolutly nicht hinhaut. Aber da kommt ein Redstone-Signal. Ich sehe es doch. Ist das im Spender gelandet? Okay, wartet mal. Wir müssen dann nochmal ein bisschen kochen. Wie sauten das jetzt hier nicht hin? Ach, weil da ein Redstone fehlt. Das habe ich zur Sicherheit weggelassen. Aha. Okay. Bensohn hat das Problem erkannt und gebannt. Lass mich mal ganz kurz hier ein Redstone holen. Und sobald ich jetzt hier... Wartet. Zack. Obsidian. Öh. Der Timer ist viel zu schnell. Ja, okay. Also der ist way zu schnell. Ich erkenne das Problem. Der baut das nicht schnell genug ab. Der gute Herr. Das heißt, der Timer muss viel, viel, viel langsamer sein. Jetzt hat das erst abgebaut. Ey. Meine Güte, ey. Okay. Das heißt, wir brauchen noch gefühlt unendlich viel mehr Redstone-Verstärker. Da brauchen wir wirklich... Ich sage zwölf Verstärker brauchen wir da noch. Minimum, ey. Das muss hier viel fetter gebaut werden. So. Das heißt, wir machen hier und unsere Schaufel hier. Das mache ich mal ganz kurz. Das hier viel größer. So. Das kann auch weg. Wir brauchen hier gut Platz für die ganzen Verstärker, damit wir die platzieren können. Die Uhr muss ja wirklich... Also die war ja viel zu schnell. Die muss locker triple verlangsamt werden. Und dazu platzieren wir jetzt hier die ganzen Verstärker. Gucken, dass es auch genau hinkommt. Wartet. Wir brauchen tatsächlich noch mehr Platz. Aber dann müsste es eigentlich hinhauen. Lieber ein Ticken zu langsam und es funktioniert als... Naja. Zu schnell und es haut nicht hin, sage ich mal, ne? Ähm. So. Und so. Und jetzt verbinden wir das Ganze mit dem Redstone. Jetzt müssen wir noch den Tickspeed hier auf Maximum machen, damit das die maximale Verzögerung hat. Natürlich. Die wollen wir ja. Und jetzt ist die... Jetzt ist die Uhr schon. Jetzt ist die richtig, richtig langsam. Passt mal auf, wie langsam ich die jetzt gemacht habe. Passt mal auf. Wir müssen sich das erst mal aktivieren. Und... Klick. Und jetzt läuft es durch. Ja, also... Und... Ist aber immer noch relativ schnell. Klick. Ja, okay. Dann testen wir jetzt mal, ob er es jetzt hinkriegt, der Gute. Oder ob ihm das immer noch zu schnell ist, ey, der kleine Halunke. So. Dann machen wir jetzt mal für Kartoffelbrei die zwei Lava-Eimer rein. So. Einer wird jetzt gleich platziert. Zack. Und der Timer läuft, Kollege. Es ist immer noch zu schnell, Bruder. Du brauchst voll lange, ey. Na gut, also die Obsidian-Farm braucht hier noch eine weitere Verbesserung. Das klappt so auf jeden Fall noch nicht. Wie viele Obsidian haben wir denn jetzt inzwischen? 16 Stück. Naja. Da brauchen wir jetzt tatsächlich ein bisschen was. Wir brauchen außerdem das Marakte. Die habe ich jetzt schon wirklich dick getradet bei dem Guten. Für alle meine Knochen. Wir brauchen auch drei weitere Blaze Rods. Denn wir machen jetzt ein weiteres Ofen-Update. Und damit sollten wir eigentlich den ersten Obsidian... Also wir haben definitiv den ersten Obsidian-Ofen auf dem Server. Denn ich bin ja der Einzige, der Lohnrouten aktuell hat. Weil Nether ist gesperrt und du kriegst es nur über den Villager-Trade, den ich freigeschaltet habe. Das heißt, wir packen den in die Mitte. Ne, wir brauchen aber das Update. Warte mal. Das brauchen wir. Äh. Ne, warte mal. Falsch. Das. Ne, äh. Wartet. Wartet. Lasst mich kochen. Das hier brauchen wir. Emerald in die Mitte. Okay, easy, easy, easy. Kriegen wir hin. Äh. Falsch. Werkbank. Man, die sehen sich aber auch so ähnlich. Äh. Obsidian. Dann Emerald. Und... Ah, warte. Unsere eine Blaze Rod hier haben wir. Also nochmal neu. Obsidian in die Ecke. Blaze Rod in die Zwischenräume. Smaragd in die Mitte. Und damit haben wir den Obsidian-Upgrade. Und... Boom. Boom. Obsidian-Ofen. Geil, 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 geil. Wir können mal gucken. Wir haben ja ein Speed-Argument. Wir haben aber noch zwei weitere Slots. Vielleicht kriegen wir da noch... Man hat ja noch andere Sachen. Was kriegt man denn hier noch, ey? Kann man mehrere Speed-Dinger da reinpacken? Wir machen jetzt noch ein Schmelzofen-Update. Das heißt, ich kann hier noch das Argument reinpacken, dass das ein Schmelzofen ist. Das heißt, er burnt dann quasi nur noch Erze. Was aber kein Problem ist, weil ich kann das Update ja raus und rein machen. Das heißt, wenn ich dann irgendwie mal Essen braten will, dann kann ich einfach das rausmachen. Kann wieder Essen braten. Aber ich will mal den maximalen Speed testen, den wir aktuell haben. Das heißt, wir haben dann ein Obsidian-Furnace plus doppelte Speed-Geschwindigkeit plus nochmal... Ich weiß gar nicht, wie viel schneller ein Schmelzofen ist. Ich glaube nochmal 50% schneller oder so. Weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht. So, da müssen wir ein bisschen komplizieren. Also ein bisschen craften jetzt hier. Also wir wollen einen Schmelzofen. Das brauchen wir einen Schmelzofen. Den craftet man ganz basic-mäßig wie in Minecraft. Kennt man. Dann Ofen hier hin. Dann einmal das Eisen ringsherum. Und einmal den glatten Stern. Und dann haben wir einen Schmelzofen. Und mit diesem Schmelzofen jetzt brauchen wir Papier und Redstone. Und Redstone wird dann tatsächlich jetzt hier schon eine Mangelware, glaube ich. Weil das habe ich gerade alles für die Redstone-Clock verbraucht. Da müssen wir mal ganz kurz... Oh, ich habe mich gerade selbst von meinem Bodyguard... Du machst das super Bodyguard, Alter. Du machst das 1A, machst du den Job. Heute hältst du hier wirklich alles frei. Wir gehen mal kurz zu Fabi. Fabi leitet mir doch bestimmt mal hier zwei, drei Redstone aus. Das ist ja nichts. Wobei sein Haus wurde gesprengt. Hätte ich gesagt, weiß ich gar nicht, ob er... Ist meine Kamera eigentlich noch da? Ey, der hat ihn zugebaut. Oh Gott, der Arsch. Dann müssen wir uns gleich drum kümmern. So, hat der hier irgendwo... Oha. Yo, 10 Herzen. Kristallherz. Das ist ja ein übelkrankes Artefakt. 10 Herzen, Alter. Yo. Okay, aber wir wollen hier ihm nichts klauen. Wir wollen uns nur... 2, 3 Redstone ausborgen. Die der hier aber tatsächlich auch nirgendwo hat, ey. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Der muss doch hier Redstone irgendwo haben, Mensch. Ist der doof? Ja, das ist safe hier drin. Weil der wird safe so ein Doody-Passwort haben. Warte mal, warte mal, warte mal. Hä? Was ist denn das? Warum ist da... Warum hat hier einer eine Kamera installiert? Hä? Junge, wer hat eine Kamera auf mein Grundstück installiert? Warum ist die so absolut offensichtlich? Apropos, wartet mal. Das habe ich ja komplett vergessen. Gib mir mal meine Axt. Ich muss natürlich die Kamera hier wieder freischaufeln, ey. Was ist das denn? Wir hätten sie vielleicht auch ein bisschen besser verstecken sollen. Die ist schon sehr, sehr offensichtlich, sage ich mal. Aber passt schon. Und was ist das hier für eine Kamera, sag mal? Die kommt natürlich weg, ey. Hast du sie aufgesammelt oder hat der Stacheldraht... Ah, ich habe sie. Okay, sehr schön. Eine weitere geschenkte Kamera. Das ist doch sehr nett. Von wem auch immer das war. Ist sehr freundlich. Jetzt haben wir eine Kamera geschenkt bekommen. Da können wir uns jetzt überlegen, wo wir die platzieren wollen. Wo haben wir noch gar... Vielleicht bei Evos Baumhaus. Wartet mal. Ich hole mal ganz kurz. Rausschneiden. Ich gebe den Code ein. Auf und rein da. Protokollierer, war jemand da? Nö. Evina und Fabio und das kennen wir ja. So. Gambo. Nicht da. Ich sehe dich ganz genau. Gambo, ich habe hier was. Sag mal, weißt du darüber irgendwas? Hier, da war einfach eine Kamera auf meinem Grundstück. Auf meinem Grundstück. Nicht mal von draußen reingeguckt. Auf meinem Grundstück war die. Auf deinem Grundstück? Ja. Da muss ja eingebrochen worden sein. Ja, richtig. Das ist ja krank. Weißt du da irgendwas? Boah, nee. Aber warte mal ganz kurz. Ich denke, ich habe da was. Ja. Also, ich kann der Sache gerne auf den Grund gehen. Ja, bitte. Ich möchte wissen, wer hier illegale Kameras auf meinem Grundstück installiert. Ja, aber dann brauche ich die Kamera wegen, du weißt, Fingerabdrückung. Aber ich wollte die gerade selbst installieren. Äh, ich meine, egal. Was? Ist doch nicht so wichtig. Okay. Guck mal, ich bin fullstacked. Guck mal, ich muss dir mal Wladimir vorstellen. Wladimir? Wladimir ist mein neuer Bodyguard hier. Ich habe gerade schon gewundert. Ich dachte, das wäre der Admin. Ja, du kannst dich mal fragen, ob du rein darfst. Der ist eigentlich ganz nett. Aber wenn du Mucken machst, dann frag ihn mal. Warum ist der so groß? Der war ja so stark. Ist hell, bist du doof? Ja, aber frag ihn mal. Wladimir? Ja? Kann ich auf Ben sein Grundstück rein? Auf gar keinen Fall. Boah, sorry, Gambo. Ich glaube, der hat dich mal. Aber ich bin erst. Juckelein. Komm rein, Gambo. Komm rein. Wow, ja. Hat sich nicht vor. Ich habe Obsidian-Ofen. Du kannst jetzt mal live zugucken. Ich wollte nämlich eigentlich gerade ein... Obsidian-Ofen? Was? Es gibt noch was Stärkeres als den Emerald? Es gibt sogar noch Stärker, aber das können wir aktuell noch nicht machen. So, pass mal auf. Ich mache jetzt da das Update noch rein. So. Und jetzt, guck, bist du drin? Ich bin drin. So, ich tue da jetzt 20 Eisen rein, okay? Okay. Nein! Nein! Alter! 18 Gold. Das ist ja... Das ist ja krank. Das ist ja krank. 45 Kupfer. Alter, das ist brutal, ne? Junge, das ist händlich. Ich brauche aber noch das andere Update, damit ich auch Essen so schnell machen kann. Ach, das geht nur für, ähm... Ja, weil ich das Update gerade reingemacht habe. Ich kann es aber wieder rausmachen. Ah, okay. Ich könnte jetzt, guck mal, das ist die Geschwindigkeit ohne das Update. Das ist auch schnell. Das ist trotzdem überschnell. Und dafür, was musst du reinmachen, damit das Essens-Update funktioniert? Ähm, es gibt einmal, ne, ja, ganz normal halt, äh, Blast Furness und, äh, Smoker. Ganz normal wie Vanilla Minecraft. Und dafür gibt's halt die Updates und je nachdem. Ah, okay, okay. Aber das Ding ist, ich hab ein Monopol auf dieses Obsidian-Ding. Denn dafür brauchst du Blaze Rods. Und hier, mein Willi ist der einzige, wo man, die einzige Möglichkeit, wie man jetzt schon ohne Portal an Blaze Rods rankommt. Ach, krank. Stimmt. Traded der irgendwann? Ah, nee, der ist schon auf Meisterl. Der ist im Examen, der tradet ja nicht. Ach, schade. Ich bräuchte nämlich so einen, äh, so einen Stern. Uh, also, Gambo, das kannst du knicken. Kann doch sein, dass der das vielleicht so nochmal braucht. Nee, ich glaub, nee. Vielleicht, wenn der mir das nicht verkauft, vielleicht verschwindet der dann auch. Willst du etwa einen Code-Knacker craften, Gambo? Hm? Bitte? Ich weiß ganz genau, dass man für diesen, äh, Code-Knacker, dass man da nämlich den Stern braucht. Was? Nee, 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 nee. Ja, okay, alles war gut. Ich bin nur ein Fan von Sternen, den wollte ich mir ausstellen. Alles klar, alles ist ja schön und gut. Alles gut. Alles gut, Vladimir. Gruß, ne? Wir hören uns. Ja, ja, hau rein. Gambo, babo, schnabbo, labo. Genau, so, wir wollten jetzt noch die Kamera installieren. Jetzt ist die Frage, ähm, warte, wir können ja mal ganz kurz den Monitor hier anmachen. Äh, warte, das Update tue ich da mal wieder rein, sonst schleppe ich das hier die ganze Zeit so sinnlos mit. Äh, bup. Und bup. Ist schon brutal geil schnell, ne? Passt dann. So, also, wir haben natürlich unsere Kamera. Die Kamera bei Position ist nicht verfügbar. Ach so, stimmt. Die, ah, die ist ja verloren gegangen. Stimmt, hab ich ja ganz vergessen. Ne, dann können wir die ja hier prima installieren. Dann machen wir die hier hin. Das passt ja perfekt sogar. So. Äh, dann löschen wir die 1. Dann haben wir jetzt noch die 2. Das ist die bei Fabi. Genau. Und dann haben wir jetzt die 3. Das ist die, die ich jetzt gerade installiert habe. Oh, guck mal, da bin ich. So. Oh, noch kein Haarausfall. Alle Haare noch da, Leute, oben auf der, auf der, auf der, auf der, auf dem, auf dem Nischel, ey. So. Gut. Na, dann haben wir das alles perfekt. Da wir ja mit, äh, der Außendekoration, äh, aktuell relativ langsam vorankommen. Und ich ja diese Amethystscherben jetzt neuerdings hab. Dachte ich mir, machen wir zumindest mal in unserem Bunker schon mal ein bisschen was schön. Und ich glaub, das Rezept geht so, oder? Ja, 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 okay. Na gut, dann machen wir 4 Stück, weil mehr hab ich jetzt nicht. Ähm, so. Das sind, warte, ich muss den Code eingeben, rausschneiden. Boah, so ein sicheres System. Ha, keiner wird da reinkommen. So. Erstmal Kamera hier. Äh, ja, den Code könnt ihr ruhig. Kenn's mir gar. So, rein da. Ähm, wir wollen, was ist, ah, warte, da brauch ich die Schlüsselkarte, genau. Nee, aber das ist egal. Wir haben ja hier den Amethystraum. Ich hab jetzt, wartet mal, hm, wie macht man das? Ich würd sagen, wir brauchen nur in jeder... Oh Gott, das Ding abzubauen, das dauert ja 100 Jahre. Warte mal, muss ich das vielleicht mit einer Axt machen? Nee. Dann machen wir es so, oder? Sichere Variante. Ich weiß nämlich nicht, dass wenn ich abbaue, ob ich da den Block behalten kann. So, wir... Ist aber falsch. Los, machen wir dieses, äh, Glockenspiel hier ran. Das macht auch Sounds. Oh, hier kann ich das nicht dran platzieren. Verdammt. Okay, warte, dann machen wir es so. Ja, okay, ich hab's mir irgendwie cooler vorgestellt, muss ich ehrlich sagen. Also, ich bin irgendwie allem in allem ein bisschen enttäuscht. Ja, weil ich hab die Glockenspiele voll cool in Erinnerung. Aber machen die coolen Sound? Ja, so ein bisschen, aber naja. Ja, war jetzt kein krankes Update, aber jetzt haben wir so ein bisschen Glockenspiele hier. Ist ja besser als nix, oder? Ich hab hier halt noch 16 Rare Bags in meiner Geheimkiste hier unten. Und die öffnen wir jetzt noch. Ich versuch ja nach wie vor, den Hexenhut vor den Hexen zu bekommen. Das heißt, wir machen jetzt hier wirklich mal Frosch. Das war... Äh, was war das denn? Achso, warte, sieht man nicht. Verdammt, warum nicht? Äh, yo! Okay, warte, wir machen mal ein paar auf. Ich mach mal alle auf einfach. War da ein Hexenhut dabei? Ich glaub nicht, oder? Hier waren Dämonenaugen. Asso Manga-Hut. Fisch auf dem Kopf. Mann, das ist... Oh ja. Dann der Drache. Wir tun mal alles in die Kiste hier. Warte, eine Sekunde. Äh, das, das, das. Polizeihut. Ja, Hexenhut scheint... Propellerhut ist auch geil. Yo! Aber das scheint alles echt brutal selten zu sein irgendwie, ne? Also jetzt den Hexenhut hier zu kriegen, scheint irgendwie... Es ist die ganze Kiste vollgemüllt. Da gibt mir mal diesen... Boah, der ist aber auch... Yo! Okay, schade. Ein weiteres Mal keinen Hexenhut bekommen, aber vielleicht ja beim nächsten Mal. Das war's mit der heutigen Episode, Minecraft-Freunde. Ich hoffe sehr, euch hat's gefallen. Meine Friends und Friends-Szenen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da. Wird mich natürlich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao! Auf Wiedersehen.